Halli, hallo, hallöchen und willkommen zum vierten Part von Secure Contain Protect, Containment Bridge. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich dieses Spiel immer noch spiele und ich echt 15 Parts davon durchziehen will. Warum ich schon weiß, dass es 15 werden ja des Spiels unendlich. Die Räume werden nämlich zufällig generiert, genauso wie die Monster. Und ich weiß jetzt, wo wir auch wieder waren. In der Sackgasse nämlich. So, guten Tag. Ich habe ein bisschen Schwulettenmusik gehört. Ja, ist ein bisschen Elektro. Und ich beruhige. Ne, warte mal. Jetzt ist es erstmal gut, warte. Ey, den Einstieg brauche ich nicht. Okay, ich schleiche mich an einem scheiß Vieh einfach vorbei. Da versteckst du dich. Guten Tag. Mäh. Kommst du mir nicht hinterher? Oh oh. Oh oh, ich muss blinzeln. Oh, guten Tag. Wo ist die scheiß Tür? Ich habe dich. Ey. Ja, ja. Wie schnell habe ich jetzt geblinzelt? Okay. 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 Comprendos? Comprendemos? Arribos. Comprend... Ey, was hat mich jetzt getötet? Hey. Was hat mich jetzt getötet? Hm? Also jetzt verstehe ich gerade nicht in die Logik dahinter. Da war niemand. Okay. Ich hoffe, ich komme heute noch aus dem Schwerzraum. Wo stichst du? Stichst du da? Stichst du? Da bist du, Tina. Wichser. Okay. Fick. Dich. Hä, der ist ja gar nicht knapp. Mhm. Hätte sie gerne, hä? Nee, nee, muchacho. Oh. Boop, 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 boop. Halt! Halt! Oh, boop, boop, boop. Halt! Halt! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Grafik Park! Juhu! Disco! Funky motherfuckers, yeah! Mm, 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 mm. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Funky motherfuckers! Funky, funky, disco time! Okay. What? Also. Oh, 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 oh. Ich habe ein Schussorgon. Da, 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 da. Dibidibidibidibidibidibidibid. Riecht dir das? Dieses Gefühl von Sicherheit? Hallo? Barak? Bist du wieder da? Barak? Barak! Barak! Hallo Barak! Äh, Barak. Okay, so wie es aussieht, müssen wir wohl doch in die Maintenance... Alter! Alter! Hier ist was. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört habt. Boah, ich hab einen Heidenschiss. Der Typ kann überall sein, Alter. Okay. Ihr wisst gar nicht, wie nett ich zu euch bin, indem ich mich jetzt echt nochmal in diese Scheiße reinreiten lasse. Okay, und dann muss ich wieder rennen. Und dann rennen... Hm? Hat das nicht mal anders angefangen? Ey, yo! Funky motherfuckin creeped out there. Ey, funky mo... No, 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 no. Hm! Ich sehe mich nicht um. Wo geht's ja raus? Lass mich hier raus, lass mich hier raus, lass mich hier raus! Ich tu das alles nur für euch ihr kleinen Pisser... Lauf! 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 fatsque zu säisen Macht die Tür auf, macht die Schatzetür auf oh nein ich mach ein neues spiel Ja, nimm mal Sachs, kann ich schreiben. Oh, da ist mir mein... Das Spiel abgestürzt. Ja, also wir sind wieder dabei. Also, kein Problem. Und wie gesagt, ein neues Spiel. Guten Abend. Ich will da hoch. Yo, yo, yo. Oh, unser Freund ist wieder da. Hallöchen. Oh, Alter, was ist das immer? Das Face. The Face. The Face. Achso, ich brauche die Gasmaske. Okay. Alter Stil. Yo, motherfucking... Nein, ich bin noch nicht durch. Ich hasse euch alle. Hallo. Oh, spielt's der Hangman? Wie komme ich hier wieder raus? Ja, das kann ich, glaube ich, vergessen. Wenn ich immer da drin gefangen bin, kann ich nicht mehr raus. Ach. Mann. 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 Ich könnte ja auch mal rennen. Okay, nee, das ist eine schlechte Idee. Dann könnte ich den... Kann ich den die ganze Zeit mir hier umgucken. Hm? Es ist die Tür offen. Oh. Ihr seid... Ihr seid ja doch so. Oh, Mann. Fick dich! Mach dich auf! Fick dich! Einmal gekonnt ins Knie! Ficken! 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 Er ist nicht hinter mir! Brrrr! Okay, er ist doch hinter mir! Lauf! 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 Aus der Quelle entsprungen! Ich muss mich beruhigen! Oh ne! Okay, keine Zeit zum Überlegen! Durchgerattert! Moinsen! Häh! Mhhh! Ja! So läuft das, wenn man die Gasmaske vergisst aufzusetzen! Oh, ist das aber ein chaotisches Spiel! Der hat aber auch ein geiles Sixpack, der ist schwarze, oder? Sehe ich das richtig? Ich will noch mehr SCPs entdecken! Mhhh! Ich muss mich beruhigen! Oh, mein Herz schlägt in drei Quanten! Oh, mein Herz schlägt in drei Quanten! Hehe! Vergess ich nicht! Du, mein Herz schlägt in drei etteren! Mh now! Mh now! Mh now! Oh! Wo war der Typ hin? Is er da darin? He- he! Oh, ist da der McDreve? One like a boss. Nee, nee. Also das nenne ich haarscharf. Okay, wo steht die kleine Pissesau? Ich werde vor meiner Tür. Hä? Ha, ha, ich hab den Schädel gesehen. Ich hab den Schädel gesehen. Ich bin paranoid. Jetzt kann ich durch. Ey, yo. Creepy Mob of the Funky. Oh, nee. Tschüss. Ist der schlecht? Ist der immer noch drin? Das ist unfair. Ach da. Hallo. Freut mich. Nicht. Ich werde jetzt gleich wieder... Weg. Boah, leicht erkältet. Und das bei Sommertermoratoren. Muss ich in den Schalter. So. Gut. Na komm. Oh, ein neuer Raum. So. Oh, was war denn da? SCP-106. Oh. Was ist da? Ey. Das ist unser Barack Obama. Siehst du, der hat ein Sixpack. Okay, wir dürfen ihn nicht berühren. Ja, hier steht aber nie, wie ich ihn... Any corrosion observed to the primary cell. Oh, oh. Hm. Okay, also ich will jetzt nie die Zeit verschwinden. Oh. Er attackiert Muskeln und Organe. Lecker schmecker. Ich versuch's mal ganz schnell durchzulesen. Da steht nicht... Wie ich ihn bekämpfen kann. Oh. Oh. Hey. Level 2. That's worth a safe. Alter. Was ist das? Geht's in den da? Ja. Mal. Am besten. Das war in den Augen. Das war in den Augen. Ah. Das ist die Türfen. Ah. 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 Hi. Geh. Bist du. Okay. Ein leerer Raum. Ja. Hey. Funk und Geeks. Und jetzt. Barack Obama kommt. So wie jetzt. Ausgangsbord. Was denn? Ach, die steht... Ey, das ist die Tür von der, wo wir gekommen sind. Echtet. Wir können in die nächste Abteilung. Nein. Okay, über diesen kleinen... Herren... Kann ich euch was erzählen? Das werde ich jetzt noch machen, weil im nächsten Part gehen wir erst da runter. Das ist eigentlich nur ein Sarg. Was ist das? Okay. Ich glaube, ich werde hier den Part schließen. Und dann gehen wir in der nächsten Etage. Also dann gehen wir in der Etage runter. Aber was ich jetzt noch sagen will. Dieser kleine Sarg... Ähm... Ist einfach nur ein Sarg. Der ist sogar leer. Aber er fügt dir Schaden zu. Äh... Wenn man einfach nur auf einen Objekt... Also auf einen Monitor guckt. Hä? Alter, könnt ihr ihm nicht mal ein Pause-Menü ruhig lassen? Okay. Ich halte einfach die Fresse. Das war's für den Part. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. 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 Wir sehen uns.